Konnichiwa meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, es ist noch so super Wetter aktuell. Ja und zwar, vor nicht allzu langer Zeit war ich auf der Animuk und habe dort Tanuki interviewt und was ich noch kurz dazu sagen wollte, ist, dass das Problem ist, dass hier eben das Mikrofon so krass ausgefallen ist und ich habe schon versucht rauszuschneiden, was ging, aber es ist halt trotzdem immer noch massive Störungen dabei, deswegen alle die Kopfhörer drin haben jetzt, stellt leiser, unbedingt. Es stört massiv, aber ich will das Interview trotzdem bringen, weil ich finde die Band halt richtig cool. Wir haben schon, ich habe schon mit denen geschrieben, da gab es eh schon wieder ein paar Neuigkeiten, deswegen werden wir demnächst eh nochmal miteinander sprechen, denke ich, und uns bald nochmal sehen. Dennoch wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview und ist es nicht geil, wenn es Anime-Bands gibt hier und ich habe jetzt auch schon wieder The Weeps kennengelernt, auch sehr geil, da kommt demnächst auch nochmal ein Video dazu. Und ich finde es geil, wie sich die Anime-Szene generell entwickelt, deswegen viel Spaß mit dem Interview und eben sorry, dass der Ton so scheiße ist. Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und ich habe heute was richtig cooles hier auf der Anime-Band gefunden und zwar die komplette Band, seid ihr komplett oder fehlt jemand? Es fehlen gerade noch ein paar und zwar Tanuki, ihr macht, du kannst es gerne mal sehen, denn es ist eine Anime-Cover-Band und ja, bitte. Ja, was machen wir? Ja, wir zocken Anime-Songs, Covers von A bis Z, alles durch, deutsch, auch vereinzelt japanisch, ein paar englische Songs sind mit drinnen, aber hauptsächlich die Deutschen eigentlich. Ach, hauptsächlich die Deutschen, ich hätte jetzt echt so japanisch und so weiter, ja, ist halt schon geil. Wo flimmen die Leute am meisten aus? Lebt ein Traum. Das waren wir so klar. Ja, würde ich auch mal. Wie seid ihr drauf gekommen? Das ist so aus Irv und einem Mist gewachsen. Wir waren auf der Kaiser-Koop-Party, vielleicht kennt man Frank, ja. Und wir waren da und sind am Feiern und da, wieso das nur aus der Anlage und eine leere Bühne oder nur in Lüsepulen? Wäre doch auch mal geil, das Ganze einfach mal live zu hören, so ein Glätt-Live zu hören. Alle Sänger oder so, wirklich mal alles live. Mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, drumherum, Keyboard. Ja, wir machen eh alle Musik. Why not? Und da kommt noch unser Keyboarder dazu. Hey! Okay, krass. Ja, das war, ja. Wie lange ist das jetzt? Das war vor drei Jahren. Das war vor drei Jahren. Genau vor drei Jahren. Ich bin auch vor drei Jahren. Krass, wir haben ja schon aufgetreten. Wir hatten jetzt so... Pauschal. Fünf, sechs Aufstünde. Fünf, sechs Aufstünde. Das ist schon ganz gut. Übt ihr oft oder so? Oder ist das einmal im Monat oder wie es zusammenkommt? Die letzten Jahre waren wir eigentlich immer nur so einmal im Jahr so auf der Anniversary von der Kaiser Kuh haben wir mal gespielt. Und jetzt so step by step, wenn man, ja wenn die Leute einen halt mal ein bisschen kennen, dann kommt man auch mal auf andere Veranstaltungen und jetzt dann halt mal auf der Gilden Party zum Beispiel. Yeah! Andere kleinen Events noch und halt jetzt eben hier auf der Animob. Genau, habe ich schon gehört. Ja, dass ihr da auch nochmal dabei seid. Ich finde es so geil. Ja und auf jeden Fall... Wir freuen uns über ganz viele Follower. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns dann bald mal in der Live-Action sehen können, wenn ihr da seid. Und da wäre ich voll gern dabei. Und ich freue mich, ich feiere es voll, dass ihr sowas macht. Geile Aktion. Und ja, macht weiter so. Ja, danke. Schaut bei links drauf. Unten ist es verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut gerne mal auf die Facebook-Seite von Tanuki. Die ist unten mit verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann mal beim nächsten Live-Konzert. Und wie gesagt, die Tage kommen noch Videos. Ihr könnt gerne mal noch oben abstimmen, ob ihr gerne mal wieder ein React-Video hättet auf 8 Minuten Anime und so weiter oder japanische Werbe. Stimmt das mal gerne oben ab. Genießt den wunderschönen letzten Tag in diesem Jahr. In diesem Jahr? In dieser Woche. Ich glaube, nächste Woche soll es nicht mehr so schön sein. Da ist wieder Zockerwetter. Macht's gut. Ciao.